Die Eichbäume Aus den Gärten komm ich zu euch, ihr Söhne des Berges. Aus den Gärten, da lebt die Natur geduldig und häuslich, pflegend und wiedergepflegt mit dem fleißigen Menschen zusammen. Aber ihr, ihr Herrlichen, steht wie ein Volk von Titanen in der zahmeren Welt und gehört nur euch und dem Himmel, der euch nährt und erzog, und der Erde, die euch geboren. Keiner von euch ist noch in die Schule der Menschen gegangen, und ihr drängt euch fröhlich und frei aus der kräftigen Wurzel untereinander herauf und ergreift wie der Adler die Beute mit gewaltigem Arme den Raum und gegen die Wolken ist euch heiter und groß die sonnige Krone gerichtet. Eine Welt ist jeder von euch, wie die Sterne des Himmels lebt ihr, jeder ein Gott, in freiem Bunde zusammen. Könnt ich die Knechtschaft nur erdulden, ich neidete nimmer diesen Wald und schmiegte mich gern ans gesellige Leben, fesselte nur nicht mehr ans gesellige Leben das Herz mich, das von Liebe nicht lässt. Wie gern würd ich unter euch wohnen! Aus den Gärten komme ich zu euch, ihr Söhne des Berges, aus den Gärten, da lebt die Natur geduldig und häuslich, pflegend und wiedergepflegt mit dem fleißigen Menschen zusammen. Was dem ersten Eindruck nach idyllisch klingt, hat seinen ironischen Unterton, in den Gärten wird die Natur also gepflegt, und das erträgt sie geduldig und häuslich, also eine enge geregelte Welt hinnehmend. Aber ihr, ihr Herrlichen, steht wie ein Volk von Titanen in der zahmeren Welt und gehört nur euch und dem Himmel, der euch nährt und erzog, und der Erde, die euch geboren. Die Eichbäume sind also frei von dieser menschlichen Regelwut, die das ganze Leben prägt. Keiner von euch ist noch in die Schule der Menschen gegangen. Genau, keiner wurde angepaßt. Und ihr drängt euch fröhlich und frei aus der kräftigen Wurzel untereinander herauf und ergreift wie der Adler die Beute, mit gewaltigem Arme den Raum und gegen die Wolken ist euch heiter und groß die sonnige Krone gerichtet. Diese Freiheit wird vom neidischen Sprecher emphatisch besungen. Eine Welt ist jeder von euch, wie die Sterne des Himmels lebt ihr, jeder ein Gott in freiem Bunde zusammen. Es wird immer deutlicher, dass es sich um einen Gegenentwurf zum Menschen in der Zivilisation handelt, einem Leben, das der Individualität enge Grenzen setzt. Grenzen, wie sie der Künstler oder der freie Denker besonders spürt. Es scheint fast so, als würde hier eher der Naturmensch im Sinne Rousseaus als die Eichen besungen, so wie man sich ihn immer wieder gerne verklärend vorstellte. Indem aber Bäume besungen werden, wird die unerreichbare Ferne eines solchen Zustandes noch viel deutlicher, und man muß nicht diskutieren, ob es einen solchen Naturmenschen jemals gegeben hat. Könnt ich die Knechtschaft nur erdulden, ich neidete nimmer diesen Wald und schmiegte mich gern ans gesellige Leben. Die gesellschaftlichen Schranken und Zwänge sind also unerträglich. Könnte er sie ertragen, wäre Leben in menschlicher Gesellschaft kein Problem. Fesselte nur nicht mehr ans gesellige Leben das Herz mich, das von Liebe nicht lässt, wie gern würd ich unter euch wohnen. Leben ohne das menschliche Miteinander, von dem doch die Zwänge ausgehen, ist aber mehr als unerträglich. Es ist unmöglich. Was für eine Zwickmühle! Und vor allem, wie herrlich formuliert! halt Werden und Zwickmühle! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.